Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zurück mit dem lieben L in der Fantasy-Mod. Hallo Asrak. Ja, ich bin voll beladen, weil hier irgendwo soll ein Händler sein. Wandering Trader, da ist er doch. Der war nicht weit weg, siehst du ihn schon? Der ist hinter mir, da hier um die Ecke. Oder ist es ein anderer jetzt? Das werden wir gleich sehen. So, es ist etwas später, wir haben eben noch, ich habe eben noch was gegessen und da war ich die noch kurz hier und haben kurz geschnackt her. Und insofern ist aber nicht Großartiges passiert in der Zeit. Ich habe doch schon mal Farbe gehabt, wo haben wir die denn? Da. Mal gucken, was die hier zaubern können. Da ist der Trader drin, in der Hütte ist er drin, der klemmt hier in der Hütte. Achso, ich habe meinen bei einem Skelett-Tempel verloren. Mhm. Nein, nein, ein bisschen was konnte ich verkaufen. So, was haben wir denn hier? Feines. Aha. Ja, die Saucer, Global Shaders und Shirt, okay. Oh, haben wir inzwischen? Sorcery Hut. Richtig teuer. Ja, aber wie gesagt, die Robe in Stufe 4. Hier gibt es keine Robe in Stufe 4, dann ist das wohl ein anderer Händler. Achso, okay, und dann hatten wir, der Hut war nur Stufe 2 für 3072, den meiner hatte. Nein, die Farbe ist alle. Oh Gott, oh Gott, Asraq wird mich töten. Bring Farbe mit. Alles klar. Du schläfst im Sitzen ein. Na dann, ab ins Bett mit dir. Danke fürs dabei sein. Und gut nachschauen. Abends zusammen, Pitbull, hi. So, pass auf, ich habe hier ein Shirt, eine Brille und Globles. Also Handschuhe, Brille und Shirt. Brauchst du was davon? Handschuhe habe ich Stufe 1. Brille? Shirt habe ich auch eine Sorcerer-Brille. Was sollen die denn machen? Kannst du das schon sehen? Er gibt dir 15% plus fürs Harvesten von Ice, Fire and Lightning. Oh ja. Das wäre gut. Ich glaube, der ist in Stufe 5, das Ding. Ist sacke teuer, aber ist jetzt deine. Wie sacke ist denn teuer? Ja, 6.000 für die Brille. Ja, aber egal, ich habe sie. Ich mache. Eine Brille habe ich, ja. Du verabschiedest dich in den Lörg. Ich bedanke mich nochmal herzlich. Das war echt, das war echt krass. Dankeschön. Das ist echt, ich habe nachher noch was zu wissen. Dankeschön. Das war echt klasse. Danke. So. Soll ich nach dem Job fragen? Ja, kannst mal gucken, wie weit die entfernt sind. Dann kann ich nämlich sonst zu dir kommen. Weil so 1,2 Kilometer war schon echt weiter jetzt mal. Ja, nee, der hat als kleinstes 1,1 verborgene Schätze und dann geht es los mit 1,5 und 1,8 und so. Wollen wir uns mal. Aber wir haben noch eine Schatzkarte da und ich habe auch eine angenommen. Also du könntest auch eine annehmen. Oder wir können mal gucken, ob hier der andere Händler noch irgendwo ist. Der hat aber auch nur 1,x Kilometer entfernt halt. Ab 1,3 ging das los bei dem erst. So, dann komme ich erstmal wieder zurück. Jetzt überlege ich gerade echt, ob ich nochmal sowas wie... Ich will mal, ich laufe mal ein paar Meter in den Norden. Ich will gucken, was da so ist im Norden. Ja, gerne. Lieber Chad, ich würde euch gerne mal sowas auffordern. Okay, im Norden ist eine Riesenspinne direkt auf unser Haus zu marschiert. Das ist schon mal doof. Ich will gar nicht mehr wissen, was im Norden ist. Na, da guckt die Spinne mal doof aus der Wäsche. So, lieber Chad, ihr könnt mal euch beteiligen. Ich würde gerne mal von euch ein bisschen wissen, war das für euch hilfreich? War das okay für euch, dass wir so ein bisschen Infos aus Lichti rausgeholt haben? Oder sagt ihr, naja, muss nicht unbedingt sein. War interessant und hilfreich. Bitte mal ein Plus in den Chat und ansonsten ein Minus in den Chat. Und da würde ich gerne mal sehen, wie eure Gedanken dazu sind. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, die Spinne ist tot. Ich nehme sie gerade mal aus. Ach, die konnten wir ausnehmen? Ach ja, da kann man ja das... Ja, ich habe zwar mal Serum rausgekriegt. Okay. Oh, hier ist ein... Oh, Mega Plus von Joachim, okay. Hier ist ein Working Stiff Tools. Ich gehe da mal rein, okay? Ja. Soll ich mitkommen? Willst du Hilfe haben? Wo du Bock hast, kannst du mitkommen, ja. Da sind allerdings, glaube ich, nur Imps drin. Okay, plus, plus, plus. Ich habe bisher noch keinen Minus gesehen. Ist gut. Freut mich. Du müsstest dann auch noch deine Brille kriegen. Die würdest du dir dann bringen. Ja. Ja, die kann ich ja auch zu Hause nachholen. Das ist okay. Ey, die Imps sind echt noch mal doof zu treffen, ne? Alles klar, dann habe ich mal so einen Eindruck, ob man nicht die weiter sozusagen mal ein paar Infos aus dem Kreuz leiern kann. Ich fand das auch schön, dass wir das jetzt sozusagen hier jetzt für uns im Stream gemacht haben und nicht so für jedermann. Finde ich auch ganz nett. So, ich komme mal in deine Richtung. Was denn? Guck mal her. Ich bin auf dem Wege. Und dann stelle ich einfach mal neben mich und gucke einfach mal mit durchs Fenster. Ich bleibe jetzt extra hier stehen und bewege mich nicht. Asrak, du stellst dich einfach neben mich, machst nix, ziehst keine Akku, guckst einfach nur mit durchs Fenster. Oh, hier ist ein Reiter. So ein, so ein, hier sind es, oh, zwei, drei. Asrak, lauf nicht direkt auf mich zu. Ah, ich sehe sie. Lauf um die andere Seite, ums Haus. Mhm. Also Richtung Westen. Und dann stellst du dich aber mal neben mich und guckst einfach mit auf die Scheibe hier. Wie muss es hier eigentlich gleich kommen? Naja, da kommt er. Auf der Map jedenfalls. Irgendwo da vorne muss es gleich auftauchen. Nee, komm drumherum. Ja, genau. Und hier einfach, ah, ich wollte es sagen, einfach mal neben mich stellen und hier mit drauf gucken. Nee, hier mit drauf gucken, schnell, bevor es aufhört. Die kleine Ratte. Da kommt der und es hört auf, ich fass es nicht. Die ganze Zeit ist der Trav da gehüpft. Hinter dir. So, mal gucken, was hier so drin ist. Ein Infant-Schaufel. Oh, ja. Schaufeln sind immer gut. Mhm. Oh, ey, wo kommst du Arsch dann her? Hat mir auf 26 Leben jetzt runtergekloppt. Echt ätzend sowas. Die müssen doch hier aus den Regalen fallen, die Jungs, oder? Komm, wir haben hier alles erklärt. Ach, komm. Ein Sorsower-Shirt habe ich hier noch bekommen. Äh, Shirt habe ich hier noch bekommen. Aber leider auch eine Stufe 1. Kann man trotzdem gut verkaufen. Ist ja dann auch was wert. Ja, 31 ist es echt nur wert. Ist echt nicht viel. Ja, abwarten, wenn es repariert ist. Äh, das ist, äh, dreiviertel voll. Also es wird nicht so viel wertvoller werden, glaube ich. Hier drin ist alles voll mit M's. Mhm. Also es geht weiter. Okay. 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 Ja, verdammt, keine Ausdauer mehr. Sind die jetzt alle oder nur einer? Ah, die Reiter. Kommen die rein oder wie? Die wollen reinkommen, die kloppen langsam die Wände durch. Das ist doof. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ja, die wollen hier durch. Ich merke. Ich habe eine Ho, Rang 1, aber das interessiert dich, glaube ich, nicht. Nee, jetzt nicht mehr so. Ach, vorher ja auch nicht so viel. Einer ist weg, der Reiter. Einen habe ich. Ich kloppe gerade drinnen die Kisten auf. Hier hinten sind noch ganz viele Kisten. Ah, warte mal, ich kümmere mich mal mit um die Reiter jetzt. Keine Ausdauer. Komm her, Dämonenreiter. Komm her, du Arsch. Eben war er doch noch hier. Oh, hochgesprungen. Oh, da hat er mir einen reingedrückt. Einer weniger. Den Reiter geht's wie... Ja, genau. Die mussten dringend aufs Klo. Das ist so eine gute Idee. Ich kann direkt aufs Klo gehen. So, dann wollte ich weiter scrappen. Ist es okay, wenn ich dir langsamer deine Brille gebe? Ich habe gleich keinen Inventarplatz mehr. Lass mal. Ja, gesagt, ich kann die zu Hause nehmen. Was brauche ich? Die Brille brauche ich doch nicht beim Looten. Die Brille brauche ich doch nur, wenn ich Steine fahren werde. Etwas, was man aufsetzt und nie wieder absetzt. Doch. Ich bin gerade am Looten und dann lasse ich natürlich die Lootbrille auf. Das war schon so mein Plan, dass ich die dann tausche. Mhm. Ne. Oder speziell... Dafür Bescheid, wenn er zu sehen ist, der Typ. Ja, was ist zu sehen? Achso, ja, du musst durchgucken gerade. Du bist ja im Raum hier. Also, den zweiten Block hat er anscheinend eben gerade rausgeschlagen. Ich wollte ihn da vorne eigentlich an dem zweiten Block abnehmen. Ach, komm. Eine Ranch. Und ein Elektro-Dings. Dieses Elektro-Tool habe ich hier. Die Imps-Nerven irgendwann, ne? Vom Geräusch her. Ich bin nicht gestorben, Redmond. Du hast nichts verpasst. Wire-Tool, genau. Looten. Wo bist du, Asrak? Ah, okay. Ich versuche ihn dir vom Hals zu halten. So, den nimmt noch. Gut. Da wird sie die Drei-Reiter-Geschichte. Der ist noch nicht safe in der Ecke. Ja, ich bin schon dran. Kann ich ihm mithelfen? Du kannst den kleinen Sack wegmachen, der nervt nämlich vom Sound. Aber, ne, mach ruhig weiter. Ja, ist okay. Dann hacken wir den auf. Ja, ja, klar. Warum nicht? Einer von uns hat aufgehört. Kommt ihr doch fair? Ja, ich musste was drehen. Ach so, okay. Ah, das muss ich auch. Ich bin noch voll, ne? Bis auf dem letzten Platz fast. Ja, okay, ich nehme mir dann was drin ist. Also, achtmal Feuerspell, 14 Crossbow Bowls aus Stahl und ein Zweier-Kompound-Bogen. Okay. Brauch nicht. Brauch nicht. Ist okay. Ist okay. Gehen wir nochmal aufs Dach, oder? Ja. Gut. Oh, hey, getränke noch. Ach nee, das ist nur Bier. Können wir drin lassen, glaube ich, ne? Hat das Ding ne Leiter hinten? Ja. Hat das Ding ne Leiter hinten? Wo ist denn der Nervige? Der die ganze Zeit immer geschrien hat. Der kann doch jetzt nicht weg sein. Ist doch tot. Nein, der ist tot. Ist wohl ne Nervkröte, ey. Okay. Das falsche gedrückt. Wieso hast du das gemacht? Ich hab'n Verband genommen, ich wollte aber nicht. Na gut. Das Dach ist komplett. Da war ja auch nix, ne? Okay. Was ist mit dem Markt hier gegenüber im Norden? Du, ich bin voll. Ich hab' jetzt nicht einen Inventarplatz mehr. Ich muss erstmal nach Hause laufen. Asrak. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Du könntest ja gerne dahin gehen. Mhm. War das ein normaler Markt, oder auch so mit diesen rot-weißen Zirkusselten? Ne, ne? Normaler Markt. Ja, okay. Das macht ja für mich keinen Sinn, dass ich da jetzt mit hingehe. Ja, ja, ne. Das hätte ja sein können. Oh, Mechanical Parts haben wir bekommen. Wir haben noch eine Hull, zwei Eisenschaufeln, einen Hammer, zwei Wiretools, eine Ranch, eine Steel Pickaxe, eine Iron Pickaxe, zwei Iron Sledgehammers, Bottle of Acid, drei Forged Iron, das ist jetzt nicht so viel, vier Repair Kits, noch eine Eisentür und eine Lampe. Also waren einige Sachen. Mhm. 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 Keine Farbe mehr. Schade. Du hast die Nippel. Was? Nippel? Was hör ich denn da? Was denn da wieder Schweiniges? Ich mach gar nichts, Asrak. Ich mach gar nichts. Ich glaub dir nicht. Die Iron Shovel, die, die scrappe ich direkt, ne? Ja. Die Hull, scrappe ich auch. Oder nicht? Äh, wenn es die Einer Hull ist, ja. Ist ne Einer Hull, ja. Und ein Einer Claw Hammer, scrappe ich auch. Ähm, das Wire Tool und sowas behalte ich mal, dann können wir hier irgendwann mal verkabeln, wenn wir Bock haben. Richtig, genau. Weil wir haben ja auch eine Batteriestation schon. Glaubst du, langsam sind wir dann auch bald in der Lage, ein Fahrrad zusammenzubauen? Fahrrad sollten wir doch schon können. Äh, ne. Mir fehlt wahrscheinlich die Werkbank. Ja, dann müssen wir mal durch die Gegend düsen und gucken, ob wir mal eine finden, ne? Mhm. Irgendwann wird ja vielleicht ne Werkbank hier haben, sag ich mal, oder? Vielleicht. Und? Ähm. Ne, die sind da drin. 5800, ähm, Iron hätten wir jetzt. Mhm. Und zwar nicht in der Schmiede, sondern die, das, ne? Das Roh, ja, ja. Ja, genau das. Sledgehammer scrappe ich auch, aber den Stufe 2 packe ich mal hier in die Kiste. Mhm. Ähm. Sind auch noch mal 187 Eisen. Ne, 200 noch was Eisen. Ähm, es läppert sich irgendwie. Jaja, das muss sich auch läppern. Und Eisen brauchst du ja immer. Richtig. Wir haben noch ne Eisen... Was sind das für Geräusche? Du Arsch. Machst einfach die Sau kaputt. Hm. 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 Krieger ist in den Spikes gestorben, hinterlässt Loot. Okay, eine Münze und ein totes Wildschwein vor der Tür. Richtig. Richtig. Läuft. Ja. So, ich bin auch proppich voll. Dabei wurde mir heute schon Essen nach Hause gebracht. Oh, gut, zum zweiten Mal ist auch schön. Oh, jetzt beschwer dich auch noch. Hm. Wieso? Wo war denn das Beschweren? Hast du überhaupt nicht zugehört, was ich gesagt habe, oder? Doch, doch. Aber es klang so. Oh, Kartoffeln. Oh, Mais. Oh, ich muss... Ach, jetzt geht's los. Was schmeiß ich weg? Hm. Dann weg. Oh, ist voll. Ey, wir haben Superkorn. Perfekt. So, wir brauchten nochmal ein zusätzliches Superkorn. Wofür? Damit wir überhaupt welche herstellen können. Was? Mais? Superkorn. Hä? Du brauchst vier Stück, um einen Samen herzustellen. Vier Superkorn? Ja. Drei haben wir. Ich bring jetzt auch drei mit. Das heißt, dann können wir, wenn wir es gelernt haben, dann tatsächlich einen... Du kannst einmalig einen Samen herstellen. Von vier Stück. Ja, genau. Damit die anwachsen, damit du sie ernten kannst. Gibt's denn auch Super-Potato oder sowas? Ne, es gibt nur das Superkorn. Hm. Okay. Schwierig ist das ja. Was greife ich mir denn da? Ja, stimmt. Das Knochenwässer könnte ich auch wegnehmen, ja. St. St. Das sind Sachen, da denke ich nie dran. Aber das ist eine sehr gute Idee. Auf sowas kann man immer wieder verzichten. genauso wie auf den Speer. Da könnte ich theoretisch auch nochmal einen Platz generieren. Kannst du mal bitte kurz Escape drücken? Ich möchte mal schauen, wie es bei dir aussehen tut. Ja? Wieso? Aussehen tut. Ja? Muss man nicht sagen. So sieht's aus. Warum? Wie sieht's aus? Okay, danke. Wieso? Was wolltest du denn jetzt sehen? Ich nehme mal nicht an, dass du da gerade in die Spikes läufst bei uns. Nein, nein. Ich habe auch schon geguckt, aber ich habe keinen gesehen. Der muss ganz vorne sein. So. Hm. Ah, der ist hier unten. Hm. 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 Bicycle Chassis. Hm. 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 Kannst du das jetzt eigentlich? Und wie viel haben wir denn von den Chassis? Ach so, ja. Ich seh's krass. Fünf Stück oder sechs. Naja? Wir haben da. Wir haben da genügend. Ok. Äh. Deine Brille tue ich dir in die Kleidungs- und Händlerkiste. Ganz unten links. Hm. Da ist ne Fünf-er-Brille drin. Okay. Super. Ich beseremos den Bullen hier. Mhm. ich glaube die Samantha stirbt auch gerade in den Spikes wo ist Samantha? rechts von uns irgendwer ist auch in den Spikes hört nach Samantha an ich bin unten nicht dass ich in sie reinlaufe hinten wo die Treppe ist meine ich wäre sie gewesen da habe ich was gehört soll ich mal gucken oder was? ne ich bin gerade am sortieren was hat das damit zu tun ob ich gucken soll? nein du sollst ja gar nicht ich sag nur als Vorsichtsmaßnahme ich guck mal eben ne hinterm Haus ist auch nix dann ist sie tot ja anscheinend ähm hätte das jetzt dumm gelaufen für dich ich muss danach mal was essen ja und trinken auf jeden Fall oh noch ein Wildschwein hier meine Güte was ist ich bringe hier richtig was zu essen mit gut gut Aiuta alles klar danke fürs zuschauen mach's gut ich muss mich verabschieden vielen Dank für den schönen Abend das war so angenehm ja schön dass du da warst danke schön ebenfalls mach's gut und einen schönen Abend noch ich hab 21 Fleisch jetzt gerade besorgt perfekt mir laufen immer und ich hab was neues was wir anpflanzen können Aloe ein wertvoller Fund mhm mhm wieder ein Ochse Ah unentschiedenis 28 Fleisch Was denn? Ah bin grad auf Toilette und das ist so witzig? ja grad auf dem Weg erzähl mir mehr attributes los ja nicht nicht es ist etcetera schon nicht 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 sondern nicht nicht Ops. Ah, toll. Okay, unentschieden. So, wo war das Skelett? So, die Zaubersprüche wieder aufsammeln, sehr schön. Da können wir eigentlich auch mal reingucken. Na, da fällt es. Ah, da hätte ich ganz gerne Fotokommen gehabt. Schade eigentlich. Oh, shit. Na komm. Komm, kipp rum. Mich? Wie lange macht ihr heute noch? Äh, keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Nicht mehr allzu lang, ja? Nee. Ja, weil, weißt du nicht, wie lange ist die immer schon? Elf Stunden jetzt oder so? Weiß nicht. Äh, gib mal eine Laufzeit ein, dann kann ich es dir sagen. Ich bin morgen auch nicht komplett im Arsch, dann irgendwie. Ja, elf Stunden. Also von daher. Oh. Da kommt noch ein bisschen Baumaterialien. Ich bin hier grad in nem schönen Häuschen dafür. Ich hab grad so ne Kriegerkneife gefunden hier. Ich glaub aber nicht, dass dir das lohnt da rein zu gehen. Wieso meistens gar nicht so ergiebig, ne? Trouplestones. Zement liegt hier rum, wie doof. Oh, da kommt ein Raid rein. Killer Lady. Macht ein Raid hier mit 19 Begleitern. Dankeschön. Killer Lady. Vielen lieben Dank für den Raid. Also Assak macht heute noch ein bisschen. Und hallo lieber Herr von Killer Lady. Wie denn hin? Zerberos. Vielen Dank für den Host. Bitte? Was meintest du? Äh, ich hab hier nur einen merkwürdigen NPC, deren Laufeigenschaften ich sehr trolle. Ich fand irgendwie. Ja. Ähm. Ich find aber, die Zeit ist ganz gut eingestellt, wenn ich mir das jetzt so ansehe, was wir gemacht haben und wie das alles so läuft. Wie ist deine Einschätzung? Ja. Ja, das passt ganz gut. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Alles gut. Nee, aber es erklärt aber auch den krassen Unterschied, den wir bei 50 Minuten hatten. Und 200 war aber viel zu lang, Freunde. 200 Minuten war einfach zu lang. Ja. Was kostet eigentlich so Farbe, wie Schaden macht? Nur Sell-Preis. Na ja, okay. Schade. Habe ich jetzt nochmal zwei Stück gefunden. Ja, das fanden wir auch schade, dass es ausgefallen ist. Aber was willst du machen, Killer Lady? Kann man nichts machen? Ist einfach so. Die Schichten, die das Leben schreibt. Wir gucken, dass wir einen neuen Termin kriegen mit Maschine und dann wird das dann nachgeholt, sag ich mal. Ja. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Oh, keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Und langsam. Oh, Küchileim. Hi. Okay, ich komme nach Hause, ich bin total voll. Wir sind bei 36 Minuten. Okay. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Und ähm. Was tun wir? Ja, na gucken wir mal. Okay, okay. So. Dann, YouTube. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut. Genau. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.